Moin moin, liebe Leute, nachdem mein kleines Tutorial über Variablen ja scheinbar ganz gut angekommen ist, hier die Fortsetzung, ja, also ein weiteres JavaScript-Tutorial von mir, wieder der kleine Disclaimer am Anfang, ja, ich lerne das selber noch, es geht nur darum jetzt hier das zu vermitteln, was ich bis jetzt verstanden habe und wie ich das Ganze anwende, da mag es bessere Wege geben, aber, ne, das wisst ihr ja mittlerweile, das ist einfach nur mein Wissensstand, okay, und dem einen oder anderen von euch wird das helfen und das ist wunderbar und dafür mache ich es nicht. Das. Im letzten Teil haben wir darüber gesprochen, was Variablen sind, ja, und jetzt wollen wir mal gucken, was wir mit diesen Variablen überhaupt machen können. In dem Video wird es heute um Funktionen gehen, aber um erstmal zu verstehen, warum Funktionen sinnvoll sind, müssen wir einmal gucken, wie wir mit Variablen arbeiten können. Was können wir mit dem Ganzen, was wir da gestern gemacht haben, eigentlich jetzt anfangen? Und das hat mal ein ganz kleines Beispiel. Wir wollen rausfinden, wie groß die Fläche einer Wohnung ist, okay, deshalb habe ich hier eine Variable gemacht mit LED. LED, Fläche, Wohnung. Wie groß soll das Ding sein? Wissen wir noch nicht, deshalb habe ich hier halt nichts deklariert. Wir können auch am Anfang erstmal 0 reinschreiben oder sowas, aber ich lasse das, die Variable einfach mal undefined bis jetzt. Und um rauszufinden, wie groß eine Wohnung ist, was brauchen wir da? Wir brauchen natürlich ein paar Kennzahlen, deshalb habe ich hier schon mal ein paar Variablen vorbereitet. Wir haben ein Zimmer 1, das hat eine Länge und eine Breite. Und dann wollen wir rausfinden, wie ist die Fläche von diesem ersten Zimmer. Ist jetzt aber keine Einzimmerwohnung, sondern wir haben hier insgesamt drei Zimmer, deshalb kopiere ich das hier mir eben hin. Wir haben hier also noch die Länge von Zimmer 2 und die Breite von Zimmer 2 und die Länge von Zimmer 3 und die Breite von Zimmer 3. Und ganz wichtig zu verstehen ist jetzt, dass alles, was ich hier mache, das kann man so machen und das funktioniert auch. Werden wir uns auch gleich angucken. Das ist aber nicht elegant, was wir hier machen. Aber es ist die Vorbereitung, um zu verstehen, warum wir es überhaupt eleganter hinbekommen wollen. Und von daher machen wir es jetzt einmal so. Die nächste Zeile wäre dann das hier. Wir müssen jetzt natürlich rausfinden, wie groß sind die einzelnen Zimmer. Wir überlegen, wir haben einen Grundriss von der Wohnung, da sind drei Zimmer drin. Eigentlich hat man noch Flur und Badezimmer und so. Das lassen wir jetzt mal alles außen vor. Es geht jetzt nur um diese drei Zimmer quasi. Die Fläche von Zimmer 1 ist die Breite mal die Länge. Also Breite mal Länge. Und dann haben wir halt eine Fläche. Und dann wissen wir, wie groß das erste Zimmer ist. Und dasselbe machen wir jetzt nochmal mit dem zweiten Zimmer und mit dem dritten Zimmer. Und dann haben wir diese drei Flächen. Und das nächste, was wir dann brauchen, Fläche, Wohnung, wollen wir berechnen. Das kopiere ich jetzt auch hier hin. Ich muss das da unten einmal rauslöschen. Sorry. So. Die Fläche der Wohnung soll sein Fläche von Zimmer 1 plus Fläche von Zimmer 2 plus Fläche von Zimmer 3. Okay. Und jetzt sehen wir hier schon, wie wir mit Variablen arbeiten können. Das hier sind Number-Variablen. Dadurch, dass wir hier Zahlen reingeschrieben haben. Weil da Zahlen drinstehen. Und zwar echte Zahlen und nicht irgendwie hier. Das hatten wir uns ja angeguckt. Das Ganze als String. Dann würde das nämlich nicht funktionieren. Sondern wirklich nackte Zahlen stehen hier drin. Weil da Zahlen drinstehen und es Number-Variablen sind, können wir eben mathematisch damit rechnen. Und können zum Beispiel hier multiplizieren. Weil Breitezimmer 1, da steht genau das drin, was in dieser Variable hinterlegt ist. Und das ist eine Zahl 6. Das heißt, es ist dasselbe, um das nochmal aufzupuschen, als würden wir hier das hinschreiben. Das ist dasselbe. Da kommt die 6 hin. Beziehungsweise, okay, hier habe ich die Breite zuerst. Also, die Breite hatten wir am Anfang. Das ist die 6. Und die Länge, das ist die 10. Das heißt, das ist genau dasselbe. Aber wir wollen eben mit Variablen arbeiten. Deshalb sagen wir hier Breitezimmer 1 mal Längezimmer 1. Und dadurch ersetzt eigentlich nur das da oben dort ein. Diese beiden Wörter werden zu diesen beiden Zahlen. Diese beiden Variablen werden zu ihrem Inhalt. Oder ihren Values. So, wisst ihr, haben wir gestern schon alles darüber gesprochen. Ich muss das gar nicht so oft wiederholen. Hier unten dann setzen wir quasi jetzt die Ergebnisse ein, die wir da erhalten haben. Also, hier wird gerechnet 6 mal 10. Das dürften also 60 sein. Das heißt, Flächezimmer 1 wird zu 60. Breitezimmer 2 ist 4. 4 mal 6 dürften 24 sein. Das heißt, das hier ergibt 24. Und wir sagen, Flächezimmer 2 wird zu dem Ergebnis von dem hier, was 24 sind. Also, Flächezimmer 2 wird zu 24. Das heißt, es steht hier 60 plus 24. Das letzte ist 7 mal 3. Das dürften 7, 14, 21 sein. Das heißt, hier steht Flächezimmer 3 wird zu Breite Zimmer 3 mal Länge Zimmer 3. Also, Flächezimmer 3 wird zu 7 mal 3. Beziehungsweise 3 mal 7. Und das heißt, 21 soll das rein. Okay, jetzt muss ich hier einmal ganz kurz den Bezinten jucken. Sorry. Bye, bye. So. Und der letzte Schritt ist dann die Fläche der Wohnung. Das wollen wir auch noch ausrechnen. Wird zu Flächezimmer 1 plus Flächezimmer 2 plus Flächezimmer 3. Das heißt, wir haben 60 plus 24 plus 21. Und wenn wir jetzt mal nachgucken, live gehen und uns den Server aufrufen und auf Tag 2 Tutorial gehen und uns das in der Konsole angucken, haben wir hier unten 105. Das hier unten könnt ihr ignorieren. Das kommt gleich. 105. Und das funktioniert. Das müsste hinkommen. Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber da sollte eigentlich kein Fehler sein. Das heißt, wir haben jetzt ausgerechnet, wie groß die Fläche unserer Wohnung ist. Und das funktioniert. Und wenn ihr das nur einmal benutzen wollt, das ist jetzt ganz wichtig, wenn ihr das echt nur einmal hier benutzen wollt für eine Wohnung, ihr zieht vielleicht gerade um und wollt das ausrechnen, dann ist das okay. Dann macht das so. Ihr könnt natürlich auch einen Taschenrechner nehmen, ist noch einfacher. Aber als Beispiel, was ich verdeutlichen will, ist, man darf das hier machen. Das ist völlig in Ordnung. Wenn ihr das könnt und das andere nicht, dann macht das hier. Und das ist in Ordnung. Das ist nur nicht sehr schön. Weil, und jetzt kommen wir langsam zum Thema der Funktion. Stellt euch vor, jetzt habt ihr noch eine Wohnung, die ihr überprüfen wollt. Und das heißt, ihr fangt hier unten an und sagt, okay, ich will die beiden Wohnungen irgendwie vielleicht miteinander vergleichen. Das heißt, ich brauche jetzt neue Variablen. Dann mache ich LED Fläche Wohnung 2. Okay. Und dann mache ich da LED, ja, was mache ich denn jetzt? Länge Zimmer 1. Aber habe ich ja schon. Die Variable habe ich ja hier oben schon. LED Länge Zimmer 1. Das ist ja da oben schon vergeben für die erste Wohnung. Das heißt, ich müsste jetzt sagen, Länge Zimmer 1, Wohnung 2 oder irgendwie sowas. Könnte ich machen. Ist nicht schön, aber wäre auch okay. Und da kann ich jetzt auch reinschreiben. Dies vielleicht 5. Und dann mache ich das nächste wieder Länge Zimmer. Oder nee, wir werden jetzt bei der Breite vom ersten Zimmer. Versteht ihr? Und das ist irgendwie kacke. Das ist irgendwie scheiße. Das ist voll viel Arbeit. Ich muss das da oben jetzt alles nochmal hier unten wieder raufschreiben für die zweite Wohnung. Und was ist, wenn ich eine dritte Wohnung habe oder eine fünfte und eine zehnte? Dann wird das auf einmal, wenn ich das hier jetzt so copy-paste das jetzt ein paar Mal, ja, sagen wir, wir haben hier jetzt so vier Wohnungen oder sowas. Dann wäre das hier so ein Block Text. Und ihr würdet das hinbekommen. Das würde funktionieren. Das wäre auch legal. Das ist alles in Ordnung. Aber eigentlich wollen wir das schöner machen. Und das geht viel, viel schöner. Und zwar mit Funktionen. Und das ist das, worum es in diesem Video gehen soll. Nochmal ganz wichtig. Das ist mir wirklich, das liegt mir am Herzen. Wenn etwas für euch funktioniert und das richtige Ergebnis rausspuckt, dann ist das okay. Benutzt das. Lasst euch nicht verunsichern. Das ist in Ordnung. Es geht immer noch irgendwie besser. Ihr könnt zehn Jahre lang programmieren und dann kommt einer um die Ecke, der ist seit zwei Jahren dabei und hat einen Geistesblitz und der macht das irgendwie doch noch ein bisschen besser und effektiver. Darum geht es nicht im Endeffekt, sondern wir sind Anfänger. Wir sind stolz darauf, wenn wir irgendwas hinbekommen. Und dann ist das okay. Dann muss das nicht hundertprozentig effektiv und rund und toll sein. Wenn es geht, geht es. Das bitte mitnehmen. Ganz klitzekleiner Nachtrag, da das Video jetzt auch schon wieder acht Minuten lang ist, mache ich hier einen Cut. Wir gucken uns Funktionen als frisches Thema einfach im nächsten Video an. Und dann ist das ja so eine kleine Auffrischung gewesen, wie man quasi mit Variablen jetzt überhaupt hier umgehen kann. Okay, das Ganze, der letzte Schritt wäre natürlich noch, habe ich jetzt nicht gezeigt, aber das kennt ihr ja auch. Man macht Konsole Lock und dann kann man hier Fläche Wohnung, also den Inhalt dieser Variable da rein tun. Und dann haben wir in der Konsole eben stehen, was unser Ergebnis ist. So, und das, wie gesagt, wenn man in der Konsole wissen will, wie groß die Wohnung ist, kann man das hier so machen. Aber es ist nicht sehr elegant. Und wie es schöner geht, gucken wir uns dann im nächsten Video an, wenn es um Funktionen geht. Weiter.